Produktwerbung von Detailhändlern verlinkt üblicherweise auf einer Website, wo Konsumenten Information und Inspiration finden. Wir haben diesen Prozess umgedreht. Discover startet direkt beim Produkt und macht dieses zu einem Kommunikationskanal, auf dem man alle Informationsbedürfnisse zum Produkt bedienen kann. Das ist Fred. Er weiss oft nicht, was er kochen oder einkaufen soll oder was gut für ihn ist. Deshalb hat die Migro, die grösste Retailerin der Schweiz, die perfekte App lanciert. Discover. Via Smartphone-Kamera erkennt Discover über 10.000 Mikroprodukte an ihrer Verpackung und liefert in Augmented Reality passende Kochideen aus über 4.000 Rezepten der Mikrodatenbank. Ebenso hat man Zugriff auf 90.000 Wikipedia-Konsumentenbewertungen sowie Nährwerte und Produkthinweise. Discover macht jedes Mikroprodukt zu einem innovativen und interaktiven Mediakanal und verknüpft so verschiedene Mikroplattformen. Erstmals in der Geschichte eines Supermarkts machen Produkte Eigenwerbung. So gewinnt die Mikro Käufer direkt am POS und spart Geld für klassische Werbung. Discover erkennt Produkte auch im Print oder am Screen. Ebenso erkennt Discover Mikro-Werbespots und verlinkt zu den passenden Plattformen. Für Kunden macht Discover den Einkaufsprozess transparent. Die Mikro sammelt Insights, kann ihre Dienstleistungen anpassen und wird so als Thought Leader im Bereich der digitalen Transformation wahrgenommen. Das grosse nationale und internationale Medienecho hat diese Position gestärkt. 5,2 Millionen Media Reach bei 8,2 Millionen Einwohnern. 20.000 Scans pro Tag. Plus 45% Mobile Traffic auf der Bewertungsplattform Mikipedia. Bei jedem fünften Nahrungsmittel wurden Rezepte von Megusto aufgerufen und 10% der Mikro-App-Nutzer scannen Produkte. Mit Discover, der neuen Augmented Reality App, wird jedes Produkt zu einem Mediakanal und direkt mit den Mikroplattformen verbunden. 20.000 Scans pro Tag.